Servus! Jetzt zeige ich euch noch den zweiten Teil von der Dobelrundfahrt. Das geht, wie gesagt, kurz bei der B294 ab, oder vor der B294 besser gesagt. Es geht ja Eich entlang, durchs Eichertal bis zur Eichmühle, hoch dann zum Dobel, vom Dobel aus dann weiter, über Roten und Sohlen, Bad Herndt Album fahrend, um dann wieder auf die L564 zu kommen, in Richtung Erklingen. Schöne Strecke irgendwo, Kurvenreich. Ich wünsche euch euch nochmal viel Spaß. Bis dann, Salü! Bis dann, Salü! Bis dann, Salü! Bis dann, Salü! I realize it's too late I must wait I love the world 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 Oh, shit! You're a liar But nobody can trust you Anymore And you're a sinner But even the devil can help you And shame on you And you're a liar And you're a liar And I'm a liar And I'm a liar And I'm a liar 2-side-brot Exprimation Revision Suck in the glass of wine 2-side-brot Exprimation Revision Suck in the glass of wine All right 2-side-brot 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 Das ist einfach Das ist einfach Das ist einfach Der 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020